Alles cool? Dein Kohlensäurewasser verträgt kein Mensch. Das ist aber cool. Boah, das gibt's nicht. Was haben alle gegen mein Wasser? Wir möchten uns bei allen bedanken. Yeah! Am Montag hatten wir eine geile Premiere in Köln. Es waren unglaublich viele YouTuber dabei. Ich glaube, Oberrucken kam auch ziemlich gut ab. Morgen? Wer glaubt es kaum? Morgen sind wir in Berlin. Oh ja. Und am Samstag darauf sind wir in München. Das war dein Text, tut mir leid. Echt? Ja. Aber... Ja, stimmt. Den Samstag darauf sind wir in München. Es gibt tatsächlich noch ein paar Tickets. Einige wenige Tickets. Und die sind in der Infobox verlinkt. Und natürlich in der Endcard dieses Videos. Es tut mir leid, dass ich dir den Text geklottet habe. Warte, jetzt muss ich sagen. Okay. Wer es nicht schafft... Okay. Wer es nicht schafft, ist ja nicht schlimm. Weil ab Montag kann man sich das ganze Zeug auf unserem Kanal angucken. Ja, und wer jetzt denkt, oh Montag. Soll ich jetzt noch bis Montag machen? Der kann sich heute auf unserer Homepage schon die erste Szene angucken. Scintake.com. Richtig. Denn ab heute gibt es neun Wochen lang jede Woche eine Szene auf Scintake.com. Jawohl. Und jeden Montag darauf dann immer auf Scintake.tv. Das heißt, auf unserer Homepage gibt es so kleine Clip-Premieren. Und wer jetzt denkt, was soll ich Montag... Ach so. Ja, ich glaube, wir sind schon bei dem Part, wo wir allen nochmal Danke sagen und allen viel Spaß wünschen. Ja, viel Spaß dabei. Danke nochmal an den Supersupport. Und was ich auch geil finde, wir haben jetzt 130.000 Abos. Danke dafür. Vielleicht haben wir bis dahin schon 140.000. Ihr müsst wissen, dass wir das Video so früh produzieren. Wir produzieren ja alles im Voraus. Ach ja, und dann jeden Montag haben wir auch schon gesagt, der Link zum Video... Der Link zur Videopremiere. Ach ja! Oh! Den Link zur Videopremiere findet ihr in der Infobox und in der Endcard dieses Videos. Das ist richtig. Und wir wünschen euch viel Spaß. Ach, den... ach, dass die Video... Versteht ihr, was mit der Videopremiere gemeint ist? Den Link zur Homepage, zum Video auf der Homepage, jeden Freitag, 15 Uhr. Das ist damit gemeint. Anstatt jeden Montag. Ich war noch zu sehr bei unserer Premiere und hab ich gedacht, hä? Was? Aber Videopremiere, damit ist ja wahrscheinlich... Ihr habt eher verstanden als ich. Aber wir haben die Leute nur verwirrt. Ja. Und die denken, wir nehmen uns gar keine Zeit und sind betrunken. Und die denken, wir haben... Du hast recht, das Wasser ist echt hart. Ja. Es gibt Leute, die sind allergisch, wiegen so ein Wasser. Die vertragen sich, die haben auch Magenprobleme damit. Das ist doch Quatsch. Weißt du, was Tino jetzt sagen wird? Das Video ist viel zu lang, das guckt sich doch keiner an. Er hat recht. Dann machen wir es nochmal. Nein. Ich find's gut so. Wir sind authentisch.